herzlich willkommen zurück der rocket league energy cup geht endlich weiter jetzt nachher gamescom mein team partner diese woche ist kundran schönen guten tag guten tag und wir spielen gegen mcfly und sachse runde 1 turnierbaum ist wie in meiner video beschreibung und ja wir gehen gleich team blau wir warten noch ein zwei sekunden bis die unten auch ready sind wir spielen die neue map dies mit dem dlc gab ist eine schöne map ja gerade für so ein event und lasst mal team blau gäntern ist er nicht größer weißt du das nein das sieht nur so aus weil du keine wände siehst du siehst diese dieser dieser rahmen fehlt halt der ist ja natürlich da deswegen wirkt es größer weil ich auch das gefühl habe dass der boost nicht bis hin reicht doch alles gleich bin am horne dabei jeden fall eine sehr schöne map aber sehr hell also das ding ist richtig hell mcfly will es wissen okay das will er nicht wissen ich habe doch hier nur so einen asiatischen sportwagen hält doch nichts aus richtung tor 2 ich wurde schon wieder gefault du bist gerade allein am ball schön 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 ja sehr gut da kann man was machen kommst du ja schade ich habe gehofft der fliegt mir so höher wieder mittig oh oh mcfly kann abziehen nein oh gott ist doch nichts ist doch nichts ein ball vorbeigesprungen dann kommt er an gedüst ich kam noch dran aber gut genug hier in sicherheit als ob das nice war das war nice und der sachs hat mich noch gefault da habe ich extra mcfly angespielt damit er hier das eigenturm hat vendetta und der sachs hat auch noch gleichzeitig dran er fault mich wieder du musst das alleine machen ich habe den schon drin gesehen dass er da noch dran kam ist ja unglaublich das hat er halt richtig nein das gibt es doch übrigens dank dem sachsen sehen wir auch ein neues feature vom dlc wenn du jetzt jemanden kaputt macht steht da bumm in der rauchwolke ja das neu das war neu ok das wusste ich nicht dass das neu war ich habe ja noch mal nach außen gespielt oh na da kommt er oh shit oh nein 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 nicht schlimm kannst ich habe ja nichts gesagt oh mcfly kann er noch mal dran sehr gut ja auch schön der sound wenn man ein tor schießt ja auf jeden fall ist allgemein eine sehr geile map also ich mag das mit dem hintergrund und so das passt irgendwie und ich finde es auch cool dass man die bande nicht sieht also hat was ist nicht so beengt der roll zu dir der roll zu dir unglaublich der torstin hier was kann man sich noch was torstin verlängert alles klar verlängert zitiert der wäre glaube ich nicht reingegangen oder er ist aber nicht rübergerollt. Okay, Maxx hat ein McFly weggenommen. Alle sind super gespürt. Ein bisschen für die Fans, für die Zuschauer hier im Kolosseum. Vielleicht bin ich eh wieder zerstört. Ja, er kommt schon. Oh, er hat doch nicht abgesehen. Wunderschön. Das kann man sich nochmal angucken, hier mit 3 kmh. Kleiner Heber. Den zieh ich ab. Da kommt er. Halt den. Hier, Vorbereiter. Was ein schöner Schuss. Hat er stand daneben, Mumbai. Der wäre unhaltbar. Beide vorgefahren? Ich hab verfehlt. Aber sind ja eh beide hier. Ich hab mal beide weggeschubst. Was sind Geschubse hier? Wo sind die denn hier? Der Ball rollt. Der Ball rollt. Hier, McFly. Kunran. Ja, er hat den Fongel. Okay, du hast ihn. Und Tor! Na, Sachse zerstört dich noch nicht mal noch dazu. Unglaublich. In der Smart. Ja, die müssen die Taktik ändern im zweiten Match. Die dürfen nicht beide immer zum Ball gehen. Ja. Nix da. Mitte. Ja, wo McFly kommt. Mitte. Steht jetzt war ich nicht mehr irgendwie dran. Ja. Ja. Auch Mitte? Ne, den bekommt nicht beide davon. Oh, zehn Sekunden. Einen Tor will ich aber noch sehen. Da. Mach ihn. Na ja, da kommen wir nicht ran. Unglaublich. Warte, der ist aber noch. Der darf den Boot nicht berühren. Ja. Neiiiin. Neiiiin. Ohhhh. Er ruhen schafft vorrätig. Was ist das denn? Ja, ich glaube 100 Tore Vorsprung oder so. Nein. Nein. Die dürfen jetzt eigentlich das Team zuerst wählen. Deswegen warten wir mal kurz. Gucken, was wir haben wollen. Okay. Let's go. Vielleicht treffe ich ja auch. Du hast die Disconnect Flagge. Die neue. Ja. Passt zu meinem Ping. Nicht so motivierend. Oh Gott. Was wird das denn von mir? Der Sachse. Aus der zweiten Reihe. Ne. Wow. Oh oh. Schön, schön, schön. Achtung. Der kommt mit dich. Der kommt mit dich. Der kommt mit dich. Ja, von denen ist keiner in der Mitte. Okay. Da ist deiner. Kundran. Oh Gott. Kundran. Ohohoho. Das war knapp. Das war in der Tat knapp. So, dann, was macht der da? Letzte Mal vom Reifen. Ja, ich wollte es spannend machen. Die Zuschauer wollen doch was geboten haben, wenn wir schon im Polizeium sind. So, jetzt. Rei geht hoch. Hab ihn nicht. Ich sehe es. Oh, der hat er nicht weggeschubst. Oh Gott. Was war das? Ich bin vorbeigefallen, soweit du. Ich dachte so, du stellst ihn weg. Fahre ich schon mal rum. Aber McFry hat dasselbe gedacht. Der hat auch nichts gemacht. Fast hättest du mich gegen den Ball geschossen. Da roll der Ball. Mitte. Für dich. Hey. Hey, ich bin gefoult. Nein. Mitte. Ja, ich dreh mich. Nein, ey. Was ist das denn? Das musst du dir angucken. Ja, ein sehr schönes Tor von McFly. Unheilbar. Sagst du springt auch nochmal gegen die Wand dazu? Hä? Was hat denn hier ... wer ist da ins Tor gefahren? Ah, der arme McFly! Ich muss den Slapstick rein. Schaut auf jeden Fall mal bei den beiden rein, wir wissen, ob die sich amüsiert. Oder eben nicht? Doch, ich glaub schon. Hier, willst du? Oh Gott! Oh Gott, League of Legends Champion. Da, Kondran, keiner vorne. Gucken, was der Sachse macht. Ja, wird locker vorbei, hier nochmal hochgelegt. Und dann fahren wieder alle vorbei. Ich bleib drunter. Ich hab' den Ball noch. Oh, ich wurde gegen den Ball geschubst. Der Sachse kommt. Oh, schön. Wenn der Fly kommt. Nö. Ok, das bleibt mir nicht. Hier, da hab ich gesehen, ich bin vorher dran. Ne, links drüber. Langsam können wir über das Halbfinale reden, selben Team wie letzte Woche im Halbfinale, oder letzte Cup. Waren wir auch in einem Team? Ne, aber ich war mit Nils und du warst mit Fisk und Fisk. Mal sehen, ob sie jetzt hier Ergebnisse auftun, wegen wem man so verliert, nein Quatsch. Alles gut, das kriegen wir hin, wird aber nicht einfach, Fisk und Nils sind dann wirklich wichtig. Vor allem Nils spielt ohne Ende. Ach Nils aber schlecht, ich dachte er so an Fisk. Oh nein, gut das der nicht reingegangen ist. Ne, der wäre auch nicht so geplant gewesen. Ne? Ey, McFly fauelt auch nur noch. Mich jetzt auch. Können dran, schieß mal rüber in die Mitte. Ne? Nein, falsche Mitte. Wir schießen Richtung unser Tor. Ich dachte mir nicht lustig. Abgerollt. Ne, der geht da um. Ne, ne, ne. Dankeschön. Ach. Ne, der geht da um. Dann hat er den Save. Gönnt mir aber auch nix hier der McFly. Jetzt Konter! Konter! Ist noch! Hier! In den! Oh ne andere Seite ist ja weit geflogen. Da kam Mcfly vor mir dran. Oh ich bin gefoult schon wieder. Sachsen Gaming. Hat er den noch mal? Den hat er nicht. Den hat er nicht. Hat er besser getroffen als ich. Ohhhh. Ja nicht schlecht. Blupfer! Jetzt spielt er hier mit den Gegnern. Hier da kommt er. Oh den hat er gut gehalten. Das war ein guter save. Der war nice. Wo ist ein nice save? Da. Ja. Buh. Damit haben wir gewonnen. Wir machen die dritte Runde ja noch. Auf jeden Fall. Aber Halbfinale haben wir schon mal. Wird aber nicht leicht. Ich bin aber. Würde mich freuen wenn wir es schaffen. Du hattest das letzte dann gewonnen oder? Ja. Bis jetzt gibt es nur einen Spieler im ganzen Turnier. Der immer im Finale war. Ja. Liquid hat zwar öfter gewonnen. Aber ich war öfter im Finale. Ja. Oh nein. Nicht so einer. Der geht glatter. Achtung. Ja. Ja. Ich müsste mich noch positionieren. Er hat ihn aber gestoppt. Ja. Er hat ihn gestoppt. Das ist in der Tat richtig. Na shit. Da kommt er gezwiebeld? Ne hat er nicht. Noch mal Latte? Gibt es doch nicht. Da war der Satze da. Hacke. Wundervoll. Hätte er wieder gefault. Ha. Da ist nicht drin. Ist nicht drin. Wollt er mich faulen? Höhen abgerollt. Und hier. Da kommt er. Na? Na? Okay. Wer hätte er geklärt? Ja. Da kam er wirklich an. Ja. Wir müssen mal schauen, dass wir vielleicht für den nächsten Cup, wenn es noch einen gibt. Äh. Einfach mal wieder vielleicht faire Teams einfach machen. Also nicht random, sondern mal schauen. Oder ein paar faire Teams zusammen bekommen. Oh. Hat er mir weggenommen. Ja, ich weiß gar nicht, wer sonst noch richtig viel spielt. Ich glaube, du Liquid und Nils, das spielt schon am meisten, oder? Ach, ich weiß gar nicht. So viel spiele ich gar nicht. Nein. Hier Mitte. Oh oh. Der kommt gut. Ich schieße ihn gegen die Wand. Oh, da kommt er. Maradona. Ja. Fast. Blöder Winkel. Stoppt. Am Sachsen vorbei. Und über McFly. Wundervolle Kombination. Hier mit einem Fallrückzieher angehalten. Zack. Das hätte Messi nicht schöner machen können. Ich finde, das Spiel macht schon Spaß. Also man kann wirklich schon manchmal so ein paar Tricks machen. Auf jeden Fall. Oh, der ist mies. Naja, war gut. Er stand zumindest an der richtigen Stelle. Ja. Das war gut. Der Sachse spielt ihn hoch ins eigene Tor. Und lässt dir das Tor. Da schenkt er dir einfach den Ball. Wow, guck dir das mal an. Der arme Satana. Wow. Gut. Das war echt eine schöne Vorlage. Und dann haut er einfach ab. Einfach aus dem Bild raus. Was war da los? Da hat er den Maxi alleine gelassen. Unglaublich. Aber die haben gute Pings. Sagst du, das ist die Hauptsache? Gute Verbindung. Sie erleben das Ganze wirklich ohne Oplar. Ohne Leck. Gute Verbindung. Ohohohohoho. Ohohohoho. Ohohoho. Nein-neineineineinein. Nein! Ahhhhhhh. Da haben sie das Tor. das haben wir noch zu ende angeguckt ja das ist auch verdient doch mcfly und ich aber der ball fliegt nach vorne sachse passt du brauchst mich gar nicht sachse reicht hier ist er wieder auch der arme er bleibt auf der mittellinie zu spät da gewesen ok eigentlich auch da drin das war auto bei led oder so wer kann am schönsten springen auch der mcfly kommt ok doch nicht nein er ist eigentlich nicht schlecht ha ha willst du oh dankeschön dankeschön wundervoll da kommt mcfly oh schön abgelegt der ist schon fast reingegangen der kommt schön in die mitte kein boost klingt immer so traurig wenn die auch keinen boost haben wenn man boostet echt? ach stimmt dann kann man das ja auch drücken da kommt er ausgetrickst oh der kommt gut in die mitte schön ähmig sachse kommt ha da wollte er dich faulen hier oh da macht er ihn rein der sachse nimmt er ihn uns da weg oh über dich drüber über mich drüber das guckt er sich so an zu ändern das läuft in dauerschleif auf jetzt alter abstand wieder hergestellt so ist das was ein glückliches tor ja das ist aber auch das problem wobei selbst wenn einer drin geblieben wäre wäre es wahrscheinlich so ausgegangen hast du ihn danach zu gut reingemacht haa backfly gönnt sich heute n bissl aber kriegt auch den fallrückzieher das konntest du nicht auf dir sitzen lassen dass du weniger punkte hattest als ich das musstest du noch ausgleichen noch kann ich drei tore schießen also streng dich an doch nicht zu ende oh scheiße das wäre nice neiiiiiin wir sind auf jeden fall im Viertelfinale, Halbfinale Halbfinale und schaut bei den anderen vorbei Mick Fleisch und Geragequill wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann tschüss und tschau